Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Mindset & More. Mein Name ist Claudia, ich bin die Mitgründerin von Brunner Vibes und in der heutigen Folge teile ich mit dir ein Thema, das, ja, ich würde mal sagen, ich liebe dieses Thema und ich habe dir heute das Thema mitgebracht, wie du besser an deinen Zielen dranbleiben kannst. Und zwar kommt das nicht von ungefähr, denn im Moment ist gerade Dezember 2022 und Rudi und ich haben im November den doTERRA-Rang Blue Diamond erreicht und das war ein riesiges Ziel für uns, ich glaube der Mount Everest war klein dagegen und wir haben dieses Ziel erreicht und daraufhin habe ich gedacht, ich teile sehr gerne mit euch, ja, ich würde mal sagen, einen Anteil, der aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, wenn du gerne ein Ziel erreichen möchtest und vor allem, wie du eben besser überhaupt an deinen Zielen dranbleiben kannst. Denn was ich immer wieder beobachte, sei das einerseits, sei es im Business oder auch, ja, bei Gesprächen, wenn es um Mindset geht, dann stelle ich immer wieder fest, dass zwar eine große Bereitschaft da ist, um große Ziele sich zu, ja, sich auf große Ziele festzulegen, aber dass es oftmals sehr schwer fällt, dann auch an diesen Zielen überhaupt dran zu bleiben. Was dabei noch eine ganz wichtige Rolle spielt und ich glaube, ich nehme zu diesem Thema mal noch eine extra Podcast-Folge auf und zwar das Thema Wunsch versus Ziel. Denn oftmals verwechseln wir Wünsche mit Zielen und ich habe dazu mal in einem Podcast und zwar bei der Jana Berger, du kennst sie sicher auch, wurde ich mal eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen, Wunsch versus Ziel und ja, das ist so ein Thema, das mich wirklich total fasziniert, das beobachte ich sehr, sehr oft. Also nur mal so als kleiner Einschub, bevor wir dann mit dem Thema Zielen richtig starten, aber achte dich wirklich mal, wenn du von deinen Zielen sprichst, ob das nicht eventuell Wünsche sind. Ein großer Erkennungspunkt, sage ich jetzt mal, ob du momentan gerade einen Wunsch zum Ziel gemacht hast, ist, ein Wunsch ist etwas, das sehr nahe an unserem Herzen ist, ein Ziel auch, aber bei einem Wunsch haben wir eigentlich keinen konkreten Plan. Das ist mehr so, dass wir uns das ganz fest wünschen, dass das irgendwie, vielleicht hängt es an unserem Vision Board, aber einen wirklichen Plan haben wir dazu nicht. Ich mache dir da auch gerne ein Beispiel. Für Rudi und mich ist es ein ganz großer Wunsch, einmal ein eigenes Haus zu besitzen. Das kann auch gerne am Meer sein und wir haben aber überhaupt keinen Plan dazu. Also es gibt da jetzt auch überhaupt keine konkrete Vorgehensweise, weil im Moment ist es einfach ein Wunsch. Wir wissen beide, dass sich das irgendwann realisieren wird, aber im Moment ist das mehr so, ja, es ist halt ein schöner Wunsch und wir reden da auch ganz oft drüber, aber es ist halt ein Wunsch. Ein Ziel hingegen, da ist ein Plan vorhanden. Also wenn du zum Beispiel jetzt bei uns, den Rang Blue Diamond in unserem Business, da hatten wir einen konkreten Plan. Da hättest du mich nachts um zwei wecken können und ich hätte dir im Schlaf unseren Plan sagen können, wie wir dieses Ziel erreichen. Und das ist so das Hauptmerkmal, wenn man einen Wunsch und das Ziel unterscheidet. Und das mehr so als kleiner Einstieg, weil das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt sich mal bewusst ist, dass es auch vorkommen kann, dass man Wünsche und Ziele, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen durcheinander bringt. Aber wie gesagt, ich glaube, ich nehme zu diesem Thema eine komplett separate Folge auf, weil ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich finde es persönlich auch einfach sehr entspannendes Thema. So, aber jetzt geht es ja heute um das Thema, wie du an deinen Zielen dranbleiben kannst. Und da habe ich dir eine Technik mitgebracht, die ich selber auch ganz oft anwende und die habe ich aus diversen Mindset Workshops, aber auch viel aus meiner eigenen Erfahrung so für mich selber entwickelt und teile die ich gerne mit dir. Und zwar, bevor du dir ein Ziel nimmst und das vielleicht auch so anfängst zu verbalisieren, das macht man ja noch viel, dass man sagt, so, ich möchte jetzt 10 Kilo abnehmen oder keine Ahnung, was dein Ziel ist, dann nimm dir zuerst mal Zeit und reflektiere dich. Und ich persönlich, ich liebe es, mich zu reflektieren. Ich mache das sehr oft bewusst oder unbewusst und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Technik in der Persönlichkeitsentwicklung und das braucht auch nicht wahnsinnig viel Zeit. Das kannst du ja auch, wenn du mal lange oder ja, wenn du einen Spaziergang machst oder unter der Dusche, kannst du mal einfach dich reflektieren und über ein Thema nachdenken. Und bei diesem Thema finde ich ganz wichtig, dass du wie für dich eine Standortbestimmung machst. Das heißt, ich würde dir jetzt da empfehlen, das mal mit einem Journal zu machen. Du kannst es auch gut in deine Morgenroutine integrieren. Aber wenn du dir ein neues Ziel setzt und jetzt haben wir ja im Moment Dezember, das heißt, die Neujahrsziele oder Neujahrsvorsätze kommen dann bald wieder für die, die sie nehmen. Aber bevor du dir ein Ziel nimmst, nimm dir mal Zeit und schau auf dein Leben zurück. Das kann zum Beispiel auch nur auf die letzten zwei Jahre sein und schau da mal hin, wo hast du deine eigene Power so richtig aktiviert. Was hast du vielleicht in diesen letzten zwei Jahren geschafft? Und mach das mal ganz ohne Wertung. Also schau da einfach mal, du kannst vielleicht auch kurz ein paar Stichwörter aufschreiben, was in den letzten zwei Jahren so war. Du kannst aber auch so eine Linie zeichnen und dann so Events, die vielleicht waren, kannst du mal daraufhin zurückschauen und ein paar Notizen machen. Und dann wird dir wahrscheinlich auffallen, dass du mehrere Dinge geschafft hast. Und das sind halt immer Momente, wo du so deine ganze Power aktiviert hast. Weil wenn du ein Ziel erreicht hast, dann hast du dich darauf fokussiert, dann hast du dich stark damit auseinandergesetzt, dann hast du wahrscheinlich auch auf gewisse andere Dinge verzichtet und dann warst du schon so voll in deiner Kraft. Weil sonst wird es schwierig, mit dem Ziel zu erreichen. Also wenn du mit dem Herz und deiner ganzen Power nicht dabei bist, dann bleibst du in den allermeisten Fällen eben gar nicht dran an dem Ziel. Und ich finde das eine ganz schöne Übung, weil dann wird dir mal wieder bewusst, was du eigentlich geschafft hast. Weil wir Menschen haben ja eine ganz lustige Eigenschaft, dass wir eigentlich ganz viel schaffen und ganz viel erreichen, nur vergessen wir das auch immer wieder. Also wir sind immer am Studieren oder sehr oft sehr kritisch mit uns und auch teilweise sehr hart mit uns selber und haben das Gefühl, vielleicht, dass wir nicht genug auf die Reihe kriegen. Und da ist es halt, das ist eine Übung, wo du mal so merkst, was du eigentlich alles da leistest. Und das können ja auch kleine Dinge sein. Also ich finde zum Beispiel, ja, so in einem Alltag schaffst du eigentlich ganz viel. Also wenn du, ja, mal schaust, du hast vielleicht drei Monate am Stück gearbeitet ohne Ferien und in dieser Zeit ging es dir gut und du hattest, ja, einen schönen Herbst zum Beispiel, hast vielleicht eine schöne Wanderung gemacht, dann hast du auch ganz viel geschafft und erreicht, weil das, ja, so in dieser Balance zu leben zum Beispiel ist auch etwas, das ich unbedingt damit aufnehmen würde. Aber wer weiß, vielleicht hast du ja auch große Dinge geschafft. Vielleicht bist du einen Marathon gelaufen oder du hast in deinem Business was aufgebaut. Vielleicht hast du deine eigene Webseite erschaffen oder was es auch immer ist. Also nutzt da wirklich diese Übung dazu, um positiv darauf zu schauen, was du geschafft hast. Und dann kommt der zweite Teil und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das ebenfalls ohne Wertung machst. Also, dass du dich selber dabei nicht wertest, dass du dich nicht, ja, runter wertest, weil du etwas nicht geschafft hast. Der zweite Teil der Übung geht es nämlich darum, dass du mal schaust, was hast du denn nicht geschafft? Und ganz wichtig dabei, warum nicht? Und vielleicht fällt dir dann auf, dass du, keine Ahnung, vielleicht hast du dir drei oder vier Dinge vorgenommen, die du nicht geschafft hast. Bei mir zum Beispiel, ich mache dir gerne ein Beispiel von mir. Ich habe mich schon mehrmals angemeldet für die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung, für das Yoga-Teacher-Training, für diese 200 Stunden und ich habe es nie durchgezogen. Entweder habe ich den Flug storniert auf Indien oder ich habe mich online angemeldet und nach drei Tagen aufgehört oder ich habe mich angemeldet und dann, ja, irgendwie das Gefühl gehabt, nee, das ist jetzt doch nicht das Richtige. Und das ist so ein Ziel, das immer noch bei mir so rumschwebt und irgendwie, ja, habe ich es nie wirklich geschafft, da dran zu bleiben. Und wenn ich mich reflektiert habe, habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich, dass das ein Ziel war, wo ich mir immer genommen habe, wo ich eigentlich gar nie so richtig Zeit hatte dafür. Also, wenn man ja eine Yoga-Lehrer-Ausbildung macht, dieses 200 Stunden Yoga-Teacher-Training, ja, dann braucht man schon ein bisschen Zeit und auch Raum in seinem Leben. Das ist ja dann auch eine starke Persönlichkeitsentwicklung und ich habe das halt immer so reingequetscht. Und das war für mich zum Beispiel eine wichtige Erkenntnis, dass, wenn ich mir ein großes Ziel nehme, dass ich mich darauf fokussieren können muss. Also, ich kann da nicht noch 50 andere Ziele gleichzeitig laufen habe, sondern ich kann höchstens vielleicht noch ein anderes Ziel nebendran verfolgen. Aber eigentlich fühle ich mich am wohlsten, wenn es da nur ein Ziel gibt. Genau. Und wie gesagt, also mach diese Übung wirklich ohne Wertung. Also, komm da nicht so in dieses Negative rein und denke, oh, das habe ich alles nicht geschafft und ich bin so schlecht und ich kriege nichts auf die Reihe, sondern es geht mehr darum, dass du erkennst, ob du vielleicht, ja, ob es vielleicht Muster gibt, warum du dann diese Ziele nicht geschafft hast und warum du da nicht dranbleiben konntest. Genau. Ja, das ist so der Einstieg in dieses Thema, wie du an deinen Zielen dranbleiben kannst. Und wenn du diese Übung gemacht hast, dann wirst du schon ganz, ganz viele Erkenntnisse haben. Ich würde dir wirklich raten, diese Erkenntnisse auch aufzuschreiben und dann, ja, dann wirst du ganz viel für dich selber auch erkennen und das wird dich schon mal so einen Schritt weiterbringen, um dann in Zukunft besser an deinen Zielen dranbleiben zu können. Und dann gebe ich dir noch was mit auf den Weg. Und zwar, wenn du dich dann so reflektiert hast, dann wirst du vielleicht erkennen, okay, immer, keine Ahnung, dann und dann fällt es mir schwer, an einem Ziel dran zu bleiben. Und ich habe für mich so drei Stufen entwickelt, wo es mir einfach fällt, mich selber einzuschätzen, dass ich von mir weiß, ob das Ziel, das ich jetzt mir nehme, überhaupt realistisch ist oder nicht. Ich selber von mir weiß, dass ich ziemlich große Ziele erreichen kann, aber das hat sich über die Jahre entwickelt. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mehrere Marathons gelaufen und darunter auch zwei sogenannte Ultramarathons. Also Ultramarathons sind Marathons, die über 42,5 Kilometer sind und auch viele Hörmeter darin enthalten sind. Da ist man meistens so sechs, acht Stunden unterwegs. Und das war zum Beispiel etwas, wo ich monatelang darauf hingearbeitet habe oder vielleicht auch sogar ein Jahr, dass ich dieses Ziel, ich wollte halt einmal in meinem Leben einen Ultramarathon laufen. Und ja, dass ich das dann so geschafft habe, das hat mir dann gezeigt, okay, ich kann ziemlich große Ziele erreichen. Aber am Anfang war das überhaupt nicht der Fall und da haben mir diese drei Stufen eigentlich sehr, sehr geholfen. Und ich erkläre dir jetzt auch gerade, um was da geht. Die erste Stufe, so in der Zielerreichungspower, sage ich auch gerne, ist, dass du bist ein Typ Mensch, Ziele fallen dir sehr schwer zu setzen oder auch zu wählen. Vielleicht kennst du auch das so, dass du sagst, boah, ich weiß gar nicht, was ich mir, was so ein Ziel ich mir setzen soll. Oder auch, vielleicht kennst du das, dass ich alle Neujahrsvorsätze nehme und du selber denkst dir so, boah, ich habe keine Ahnung, was ich mir da jetzt nehmen soll, ist überhaupt nicht mein Ding. Du bist auch ein Typ Mensch, wo Ziele machen dir eher so ein bisschen Angst. Und du kannst ihnen schwer folgen. Also wenn du dir mal ein Ziel nimmst, dann kannst du das ganz schlecht dich darauf fokussieren und das verfliegt sich dann sehr schnell. Allgemein machen dir Veränderungen auch eher Angst. Am liebsten bist du immer so in deinem Gewohnten drin, auch in deinem gewohnten Umfeld. Und da fühlst du dich eigentlich so am wohlsten. Hin und wieder aber blitzen dir schon so Ideen oder auch so kleine Wünsche auf, vielleicht auch so von einem anderen Leben. Und du träumst teilweise so, wenn ich nur das und das hätte, könnte, wüsste oder wäre. Genau, das ist so die Zielerreichungsstufe Nummer eins. Und auch da ist es wichtig, dass es absolut ohne Wertung, das ist nicht schlecht oder das ist nicht gut. Das ist einfach eine Erkenntnis, so wie du in Bezug auf Zielen bist. Dabei ist aber wichtig, dass wenn du dich in der Stufe 1 findest, würde ich dir raten, dass du jetzt keine riesigen überdimensionale Ziele dir setzt, weil da wäre wieder Schritt viel zu groß und was passiert? Du kannst eben nicht an den Zielen dranbleiben und lässt sie wieder los und bist dann auch eher ein bisschen frustriert, dass du nicht dranbleiben konntest. Und dann gibt es ja auch so einen Kreislauf, oder? Man fängt an, sich ein Ziel zu nehmen, dann merkt man, man schafft es nicht und am Schluss findet man, okay, ich schaffe irgendwie gar nichts. Also jetzt, wenn du so der Typ Mensch bist von der Stufe 1 in Bezug auf deine Zielerreichungspower, würde ich dir zum Beispiel nicht empfehlen, dir als Ziel zu nehmen, dass du einen Marathon läufst, sondern ich würde eher ein Ziel nehmen, dass du einmal in der Woche 20 Minuten joggen gehst, über drei Monate, konsequent. Und das ist dann auch schon ein richtig cooles Ziel. Genau. Dann gibt es die Stufe 2. In der Stufe 2 bist du ein Mensch, du magst Ziele. Sie faszinieren dich auch so ein bisschen. Und dich faszinieren vor allem Menschen, die sehr große Ziele erreichen. Du hast auch schon einige Ziele erreicht in deinem Leben, aber die wirklich großen, die, für die dein Herz schlägt, die machen dir Angst. Die funktionieren auch nicht ganz so richtig. Und du möchtest eigentlich viel erreichen im Leben und du möchtest auch diese Ziele, die großen, die dir an deinem Herz nahe sind, erreichen. Du hast auch Träume und die kommen auch immer wieder. Also, wenn du dann wieder die weg auf die Seite schiebst, dann tauchen sie immer wieder in deinen Gedanken auf. Du magst Veränderungen, aber es fällt dir schon schwer, in der Veränderung aktiv zu bleiben und aktiv dran zu bleiben. Genau. Also, wenn du dich in deiner Zielerreichungspower in der Stufe 2 befindest, dann kannst du dir schon auch die größeren Ziele nehmen. Ich würde dir da einfach empfehlen, dass du die noch in mehrere kleine unterteilst. Man spricht auch oft von so Milestones. Also, wenn du zum Beispiel das Ziel hast, ich sage jetzt mal 10 Kilo abzunehmen und du bist ein Mensch, der in seiner Zielerreichungspower in der Stufe 2 bist, dann würde ich die aufteilen in mehrere kleine. Dann würde ich vielleicht erstmal als Ziel nehmen, dass du für die nächsten drei Monate deine Ernährung, so wie du sie dir wünschst, konsequent durchziehen kannst, dass du dreimal in der Woche Sport treibst und dass du zum Beispiel auf Alkohol verzichtest. Dann hast du schon mal einiges vor und mit diesen Schritten wirst du auch dein großes Ziel von zum Beispiel 10 Kilo abnehmen, wirst du erreichen. Genau. Ja, und dann gibt es noch die Stufe 3 und was ich ganz wichtig finde, du kannst dich in diesen Stufen natürlich entwickeln. Also, jeder Mensch kann lernen, große Ziele zu erreichen, nur es braucht halt wirklich Training. Also, viele von uns sind nicht auf die Welt gekommen und haben einfach, ja, von Tag 0 die Fähigkeiten, dass sie jedes Ziel, das sie sich wünschen, erreichen können, sondern man muss das lernen. Also, da kannst du dich wieder gut an meine Ultramarathon-Geschichte erinnern. Ich brauchte circa eineinhalb Jahre, bis ich dieses Ziel erreichte und ich habe sicher fünf Jahre, bevor ich überhaupt angefangen habe zu trainieren, davon geträumt und mich damit auseinandergesetzt und auch ganz viel dazu recherchiert, wie man denn so ein großes Ziel auch umsetzt. Genau. Also, die Stufe 3, wenn du dich in deiner Zielerreichungs-Power in der Stufe 3 befindest, dann hast du Großes vor. Nichts erscheint dir unmöglich. Wenn du etwas erreichen möchtest, weißt du zwar noch nicht wie, aber du willst es auf jeden Fall wagen und du kannst auch dranbleiben. Dir ist klar, dass große Veränderungen mit deinen Zielen kommen. Also, das bedeutet für dich ganz klar, dass du da deine Komfortzone verlässt und auch teilweise sehr lange out of your comfort zone bist und dass du dich von vielem Gewohnten verabschieden musst. Das können zum Beispiel auch Menschen sein. Das ist es dir aber wert, weil du willst deinen Herzensweg leben und du willst diese Ziele wirklich erreichen und du willst auch etwas Großes auf dieser Welt bewegen. Und du denkst jetzt vielleicht, hm, was hat denn damit zu tun, dass ich mich von Gewohnten verabschieden muss mit großen Zielen? Warum muss ich mich vielleicht von Menschen verabschieden? Was redet sie jetzt da? Und das ist so wichtig, weil wenn du so ein richtig großes Ziel erreichen möchtest, wie zum Beispiel jetzt bei uns, dieser Blue Diamond Rang im Do-Terra-Business, dann ist das wirklich ein Weg, den du gehst out of your comfort zone. Also, du wirst auf diesem Weg Fähigkeiten erlernen und die dann umsetzen, die du vorher noch nicht hattest. Und du wirst dich wirklich von Gewohnten verabschieden. Und das, wie gesagt, das können auch Menschen sein. Also, bei uns zum Beispiel, es gab Menschen in unserem Umfeld, die gesagt haben, ich kann absolut nichts damit anfangen, was ihr da macht mit den Ölen und Do-Terra und Network Marketing und keine Ahnung. Und das sind vielleicht Menschen, wo man sich dann eher ein bisschen distanziert. Überhaupt nicht irgendwie, ja, böse oder so, aber halt ganz in Liebe. Aber um unser Ziel zu erreichen, haben wir halt zum Beispiel bewusst darauf geachtet, dass wir uns mit Menschen umgeben, die wirklich uns unterstützen, an uns glauben, die, ja, uns aufbauen, die uns zum Teil auch richtig so anfeuern, weil das wussten wir, dass uns das weiterbringen wird. Oder zum Beispiel, wir mussten uns wirklich von Gewohnheiten verabschieden. Also, die letzten zwölf Monate, kann ich dir sagen, gab es in dem Sinn kein Montag bis Freitag. Es gab auch kein Sonntag, wir arbeiten jetzt nicht, sondern es war eigentlich immer ein bisschen Arbeit da, ob das jetzt Sonntag, Montag oder Freitagabends nachts um zehn war. Irgendwie war immer ein bisschen Arbeit im Spiel, weil wir halt auf unser Ziel hingearbeitet haben. Und wir wissen, dass wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann kommen auch wieder andere Zeiten. Aber auf diesem Weg halt, da mussten wir uns von dieser Gewohnheit, dass wir zum Beispiel Samstag und Sonntag einfach nicht arbeiten müssen oder können oder dürfen, mussten wir uns verabschieden. Und das war nicht einfach. Also, da gab es oftmals Tage, wo ich gesagt habe, ich möchte auch wieder einfach mal wieder einen normalen Sonntag haben und nicht schon morgens um zehn irgendwelche Nachrichten beantworten. Aber dann haben wir uns halt wieder erinnert an unser Ziel und dann wieder weitergemacht. Also, die Stufe drei ist wirklich, dass dir bewusst ist, dass du für ein großes Ziel deine Komfortzone verlassen musst. Weil das, kann ich dir sagen, gehört dazu, wenn du ein großes Ziel erreichen möchtest. Wenn du ein Mensch bist von der Stufe drei in der Zielerreichungs-Power, dann kannst du dir riesige Ziele vornehmen. Dann kannst du, egal was es ist, kannst du dir vornehmen und das dann auch erreichen. Aber wichtig dabei ist halt wirklich, dass du, ja, dass du dich einschätzt, welche Stufe der Zielerreichungs-Power in welcher dich du befindest und anhand von dieser Einschätzung dann deine Ziele dementsprechend wählst. Und das ist wirklich, das ist wirklich für mich, ist das der Schlüssel zum Erfolg, wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen, weil es funktioniert einfach nicht, wenn du ganz wenig Erfahrung und Übung auch hast, ein Ziel zu erreichen und dir dann so ein Elefanten-riesiges Mount Everest-Ziel nimmst. Weil das wird dich überfordern, das wird dich erdrücken, das wird dir riesen Stress bereiten, du wirst dich unwohl fühlen und was passiert? Du schaffst es nicht, an deinem Ziel dran zu bleiben und dann bist du enttäuscht. Und das ist so extrem schade, weil eigentlich kann man ganz viele Ziele erreichen, die man sich wünscht, aber ich empfehle halt immer, dass man wirklich erstmal mit kleinen Zielen anfängt und kleine Steps. Und gerade auch so aufs Business bezogen, wenn du daran bist, eine Selbstständigkeit aufzubauen, vielleicht hast du auch das Ziel, dass du ortsunabhängig arbeiten kannst, so wie wir es machen. Auch da kann ich dir wirklich auf den Weg geben, ein ortsunabhängiges Business aufzubauen, von dem du gut leben kannst. Das ist ein riesiges Ziel. Da wirst du ganz, ganz viel investieren dürfen am Anfang und das ist zum Beispiel etwas, das kann man sich aufbauen, absolut und das ist wunderschön. Aber wenn du ein Typ Mensch bist, wo, wie gesagt, dir Ziele eher ein bisschen Angst machen und du Mühe hast mit Veränderungen und halt so auch Mühe hast, dich zu fokussieren, dann würde ich mir das nicht als Gesamtpaket Ziel nehmen, sondern ich würde mal wirklich mit einem ganz kleinen Ziel anfangen. Und wenn du dann das ganz kleine Ziel erreicht hast und diese Freude spürst, wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann kriegst du sehr viel Selbstvertrauen und mit diesem Selbstvertrauen wirst du wachsen. Das wird dir die Kraft geben, deine Persönlichkeit weiter wachsen zu lassen, weiter dich zu verändern und mit dieser Veränderung kommt auch die Fähigkeit, dass du Ziele erreichen kannst, dass du an diesen Zielen dranbleiben kannst. Aber beginne am Anfang, je nachdem, wo du dich einschätzt, wirklich ganz, ganz klein. Ja, ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir hilft, dass du in Zukunft besser an deinen Zielen dranbleiben kannst. Und zu diesem Zeitpunkt noch ein kleiner Reminder. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn dir diese Folge auch gefällt, dann hinterlass uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft uns und so unterstützt du uns und so wissen wir vor allem auch, dass du da bist, weil das bedeutet uns ganz besonders viel. Ja, und nun sind wir schon wieder am Ende angekommen, hier im Podcast Mindset & More. Abonniere auch gerne kostenfrei dieses Podcast und bei Fragen kannst du dich jederzeit bei uns entweder auf Instagram, brunner.vibes oder auch über unsere Webseite melden. Alle Links dazu verlinke ich dir in den Shownotes. Ciao, bis zu einer der nächsten Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020